Let's go. Okay, dann let's go. Gustav Rosenbusch. Gustav Rosebud. So, dann steck ich mal meinen Finger hier in den Rosebud. Steck da mal rein, aber anfeuchten, ne? Weil Trockenfinger gibt immer ein bisschen... Ne, wenn, dann geht man nur feucht ans Kaninchen. Man muss da, weil sonst gibt es irgendwie so eine Abreibung. Das ist nicht gesund. Das feucht-Ninchen. Guck mal, das sind auch Tropfen, wenn man da runter geht. Ja, ja, das ist ein bisschen nass. Mal die Disco-Dancer hier. Alter, der Bunny, wie er abgeht. Okay, wir smaschen die Party. Alle hassen uns wegen der Party-Smashens. Mach die Busches, denk an deine Busches. Moment, hab ich nix, Busch. Wow. Boah, ich bin dem gerade... Uh. Achtung, Big Boy. Hab ihn. Der Big Booty Boy und seine Friends. Alles gut, alles gut. Ich hab's im Griff. Alles gut, alles gut. Big Booty Boy und seine Friends. Übernehme ich. Ein faules Hirn. Ein bisschen Hirnfeule. Hä, müsste jetzt nicht eigentlich eine neue Tänzerwelle spawnen? Ja, da kommt sie. Weil die spawnen auch so scheiße durcheinander, ne? Es ist... Ja, klar. Deswegen geh ich hier oben hin. Ja, da hinten, da vorne. Ich guck hier und du guckst hinter uns. Ja, runter, runter, runter. Die kommen sofort hoch. Aber wir haben jetzt ziemlich viel Busch. Und eine gute Verbruchung hier. Also sind auch Sprenger jetzt dabei? Der Sprenger hat voll in mein Gesicht gesprengert. Ei, 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 ei. Ein Mimik Down. Da ist der nächste Mimik Down. Mimim Mauf. Mim Mauf. Mim Mauf. Mim Msi. Vergiss nicht, wir müssen jetzt dann auch schon hier gucken, dass Klausi am Start ist, ne? Ja, jetzt gleich direkt Klausi holen, damit er... Putzen kann. Damit er putzen kann und besser wird. Wer kommt denn jetzt eigentlich nochmal? Ich glaube, es kommt ein Strahlenmax. Ah, Strahlemann, ja. Strahlemann. Wow, wow, ich steck im Strahlemann drin. Uff, das war knapp. Der ist direkt in meinem Gesicht gespawnt. Boah, ich bin fast down. Ei, 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 ei. Okay, ich hab wieder Lebensenergie. Oh, ich bin durch. Auf den Strahlenmann, auf den Strahlenmann. Achtung, spreng das. Wow, 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 wow. Da ist meine Rüstung weggeflogen. Jürgen ist down. Uh, Jürgen down. Richtig scheiße. So. Das hier ein Goldbarren? Was sehen wir denn heute? Ja, mal eins haben wir noch nicht. Immer die eins, immer die eins. Immer so eine, ne? Boah, hier ist eine Wunderwaffe. What? Kleine, nehm doch die scheiß Waffe. Ja, ich muss doch switchen. Oh, Alter. Leck mich am Arsch. Schöne Wunderwaffe aus der Kiste gerippt. Ja, geil. Eine Granate mit. Musst du erst, da lag noch ein Park, was ich getrunken hab, ein Grabstein lag da rum. Eine Wunderwaffe ist halt jetzt super geil. Und jetzt direkt hier an der Maschine, äh, warte mal, was müssen wir jetzt machen? Jetzt haben wir... Ja, Klausi holen jetzt, oder? Klausi holen und, äh, unten auflasern. Hab ich aber im Moment noch nicht, aber ja. Wo ist denn, wo kann ich denn Klausi klausen? Ich hol ihn, ich hol ihn. Warte, hier hinten geht er auch, hier hinten, wo ich bin. Dann hol ihn. Warte. Ich muss noch ein Stück... Oh, ich weiß, ich weiß, wo es hier... Alter, ich werde hier gerade ganz schön angefasst. Klausi, wo bist denn? Mit L kannst du ihn lenken. Hier kann Klausi nämlich noch schön sammeln. Schön hier in die Cloud reinziehen, den alten Klausi. Ja, komm doch einfach hier rüber mit deiner Cloud dann. Wo ich bin. Ja, ich versuche gerade hier was zu sammeln, weil hier ist ganz schön ein Busch am Start. Doppelwunderwaffe ist natürlich jetzt edel, ne? Das ist geil. Richtig geil. Komm, Klausi, mach sie fettig. Fettig in here. Bilden die sich ein, fleischig und zerbrechlich. Vielleicht auch noch ein bisschen nass. Ja, wie ein widerlicher Burger. Muss trocken wie Knäckebrot sein. Hat er gemessert, hat er ihn auch. Irgendwann sagt dann sowas wie, ich bin geil. Oh, der hat richtig Spaß, der Junge, ne? Aber er gibt dir den Geld? Ja, irgendwie zehn Punkte oder so. Aber jetzt hat er doch... Woran sieht man, wie viel Akku Klaus noch hat? Kann man das irgendwo sehen? Ne, ich glaube nicht, ne. Wo geht der hin? Keine Ahnung. Ich bin hier gerade mal auf dem Feld und sammle noch ein bisschen Schrott. Ob ich mir eine Waffe verbessern kann. Ist er noch da? Ist er noch aktiv? Ja, er hat gesagt, er räumt aber nicht auf. Putzen ist nicht drin. Ich glaube, jetzt geht er, oder? Ja. Toll, war es das jetzt? Was ist das? War es das jetzt? Nee, er ist weg. Aber er macht irgendeinen... So einen ganz markanten Spruch. Drückt er ja hier. Wir können auch die Container holen. Beim nächsten Klaus mal kurz runtergehen. Wir können auch den Helm schon ready machen. Dann do it. Äh, dann müssen wir in den Elektro laden. Und hier gibt es irgendwie Radios. Also so markante Radios. Alter, mein Busch, wie er sie wegfegt. Ich liebe meinen Busch. Liebe meinen Busch. Er ist so strong. Aber Leute haben geschrieben, äh, Busch ist nicht, äh, gut. Ja, klar, weil sie es nicht benutzen und dann ist, du weißt doch, es ist immer nur gut, was man selbst benutzt. Im Busch spielt man als Profi nicht. Ich finde den, das Radio nicht. Welches Radio? Hier sind Radios. Hier sind Radios. Zwei habe ich schon gefunden. Die habe ich erschossen. Aber hier muss noch ein anderes sein. Hier gibt es Radios und in dem Radio ist ein Teil. Ach, da ist noch eins. Damit baust du dann ein Helm. Oh nein, oh nein. Boah, ich musste mich freischießen, ging nicht anders. Wollte nicht. Okay, können wir schon wieder Klausi holen? Okay. Oh, ich dachte schon, das Teil ist verbaggt. Aber ich habe es. Ich habe es. Ein Radio-Teil, äh, ein. Ein Helm-Teil. An die Klaus-Station. Klau Klaus. Zum Klau Klaus. Stimmt, hol dir mal einen Klaus. Äh, nee. Klaus legt wieder auf. Akku ist noch nicht. Kompletti. Tutti Kompletti. Boah, wie viele da jetzt schon kommen. Ich gönne den erstmal in Busch. Geiler im Busch ist halt, er ist ein Moneymaker. Der ist ein Moneymaker, der Bosch. Du ziehst die Bagage da einmal durch. Oh, alter. Nicht draufgehen, du hast eine Wunderwaffe. Nutze sie. Ach, er macht hier den. Aber hier ist irgendwo ein Jürgen. Und hier sind gebufft, ja. Jürgen ist schon down mit Wunderwaffe. Wenn du irgendeinen Boss siehst, Wunderwaffe drauf. Ich weiß. Bon. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab Klaus gerufen. Komm, Klaus. Ja, boah. Er macht die Superheldenlandung richtig nice. Alter, ich bin Lieutenant Colonel Stufe 3. Tutti Max. Alter, kannst du dich noch an dieses komische COD-Parodie-Spiel erinnern? Ach so, ja, ja. Wenn immer nur Tutti Max oder sowas kam, Sergeant Power Sergeant, Tutti Max, Ultraslide oder irgend sowas. Wir haben einfach nur nicht so einen Gang gerannt und die Typen haben gesagt, ich bin ein Terrorist. Ich bin auch ein Terrorist. Ah, das war auch so ein Spiel, das hat übelst damals polarisiert auf YouTube. Ich weiß noch, das habe ich damals auch ein Video zu gemacht und alle so, äh, kann man so einen Dreck machen. Und äh, dann hat es jeder gemacht, äh, jetzt hat es jeder gemacht, du auch noch. Hey, haben die nicht gesagt, Klaus braucht irgendwie nur 27 Abschüsse oder so? Keine Ahnung. Kann doch nicht sein, das, das, das... Und dann Klausenweiler. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh. Nappi kommt. Valentina Nappi. Alter, ich kann sogar Sprenger übernehmen, wusste ich gar nicht. Er geht rein in die Station. Echt? Ja. Oh Gott, er ist in der Station und wir müssen ihn verteidigen. Wie, wo oben oder was? Oh Gott, ja, hier im... Im Schweine-Schwenger-Raum. Wooh. Kommt der Gegner? Ja. Ja. Ja, oh Gott. Warte. Oh mein Gott, ich werde gerade zerbersten. Warte. 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 Das noch irgendwas? Nein, nein, nein. Ist ja kaputt, ich weiß nicht, das war ganz weit unten, das war schon rot. Ist jetzt geupgradet? Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Sieht da anders aus? Wo ist er denn? Ist er nicht mehr da? Hier oben. Doch. Er verpisst sich. Er geht weg. Git. Oh nein, es kann sein, dass wir es versaut haben. Oh nein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Station ist... Aber die ist anders, die war davor rot, oder? Weiß es nicht, kacke. Egal, warten wir ab. Sehen wir dann, wenn wir das nächste Mal holen und wieder reinschicken. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da... Ich hole mal eben die Teile noch. Hier ist irgendwo noch eins. Da oben, glaube ich. Ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, wenn der halt... Ja gut, aber du kannst es ja nochmal machen. Kann man es wirklich nochmal machen? Ja, natürlich, klar. Wie dumm wäre das denn? Keine Ahnung, wir reden hier von COD. So, ja, aber welchem Easter Egg gab es denn mal eine Funktion, wo es heißt, ja, du musst neu anfangen? Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich brauche noch ein Teil. Und zwar... Wie komme ich denn da hoch? Ich muss ganz oben zum Spawn. Wie komme ich zum... Wo sind wir gespawnt? Zum Spawn? Oh, ähm... Hier, glaube ich, durch den Ladi nach oben. Ja, irgendwie hier durch, ja, ja. Ich wusste, dass du noch nicht bist fertig mit dich, Smuts. Und dann hier hoch? Mann, das? Achso, Waffen-Upgrade. Nee, 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 hier. Oh, nein, nein. Oh, ich bin down. Wie, what? Ich wurde total eingeklemmt. Ja, das ist immer... Mit beim Elektroladen. Ja, das ist immer lieber killen, als irgendwie zu hoffen... Ja, es waren so viele. Es kamen einfach so viele um die Ecke. Ich will hier raus. Ich komme hier nicht raus. Äh, da lang, da... Oh Gott, ich verblute ja super schnell. Da lang. Unten beim Elektroladen. Eigentlich da, wo wir mal kiten halt. Ja, ja. Oh, nein, die Wunderwaffe. Oh, knapp, 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 knapp. Ja. Knapp, war nur drei Viertel. Drei Viertel? Ja. Was hättest du da? Nein. Mal kamen sie aus allen Ecken. Jetzt sind sie alle weg. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Es gibt keine Zombies. Das war so ein Flashmob von Schlägern. So, ist hier der Spawn? Aua. Wie komme ich denn hier nach oben da? Irgendwann spawnen. Was hier... Da bin ich doch richtig. Läuft er dann eigentlich zu der Station hin, oder? Man muss in der Nähe der Station sein. So. Halt, ich habe eine Selbstwiederbelebung. Geil. Ich sage dir, Dreck lohnt sich. Im Dreck spielen lohnt sich. Während die anderen in der Sonne spielen, Schufte. Mexikaner, Schufte. So, ich habe jetzt... Also, Helmteile habe ich alle. Wo bauen wir das? An irgendeiner Bergbank. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube an Klaus bauen wir das. Da muss man bei Klausi dran schrauben, oder was? Ja, ja. Da müssen wir Klausi auch unten mal für den Keller rufen, ne? Weil die Tür schon weg ist. Ich würde jetzt gerne nur prüfen, ob Klausi jetzt schon aufgeladen ist oder nicht. Warte mal, wenn jetzt gerade keine Zombies da sind. Meinst du, der ist aufgeladen? Dann hole ich ihn nochmal. Ja, aber... Oder hol du ihn, du hast so viel Geld. Hast du einen Zombie? Du kannst ihn aktivieren. Ne, ich habe gerade keinen Zombie. Doch, hab einen, hab einen. Warte, dann aktiviere ich ihn unten im Keller, oder? Und dann kann ich das Ding vielleicht dran bauen. Wo baut man das dran? Unten bei Klaus im Keller? Geh mal, wo Klaus sitzt im Keller. Ja, das meine ich. Da gehe ich jetzt mal hin. Da muss ja Klausi irgendwie den Zug aufhalten, ne? Ja, aber erstmal müssen wir gucken, ob das Upgrade dann geklappt hat. Sonst müssen wir es nochmal machen. Eigentlich versuch's. Sieht der optisch anders aus? Ich glaube schon. Normalerweise müsste er optisch anders sein. Also er sieht identisch aus. Kannst du einen Helm dran bauen? Ja. Also, dieser Helm ist wirklich fantastisch. Wie ich. Ich kann helfen, den Hauptrechner zu halten. Für sowas für Dinge. Ne, der sieht genau so aus. Ich weiß halt nicht, ob es geklappt hat oder nicht. Ich würde ganz frech behaupten, nein. Dann ruf ihn mal und geh mit ihm da hin und steck ihn nochmal in die Station und guck, was passiert. Kann man den oben bei der Station irgendwo rufen? Oben auf dem Dach. Beim Spawnen. Dann ruf ich ihn oben beim Dach. Also hier oben in dieses Königsding da. Aber dann drüben nach Korba rüber. Also bei Korba auf dem Dach. Achso, bei der Näherei da oben meinst du? Wo ist jetzt der Zombie da? I try, I try, I try. So, ich bin jetzt bei Spawnen. Ah, hier. Muss ich den in die Station reinstecken? Ja, einfach davor befehligen. Befehligen, dann müsste er eigentlich reingehen. Wenn, wenn, wenn er jetzt das Upgrade nicht abgeschlossen hat. Dann komme ich nämlich direkt hoch. Ich stehe jetzt auch unten. Er kommt. Ja, der geht rein. Okay, dann komme ich hoch. Oh, es kommen schon super krasse Viecher. Ich mache einen Rosenbusch direkt davor, so dass die Zombies da hängen bleiben. Ich mache hier auch direkt an die Tür ein. Nachladen, nachladen. Die ganzen Willis direkt erledigen hier. Gürschen. Ah, schön. Alles drauf. Upgrade, nice. Ich mache mal hier die Jürgens weg. Okay, irgendwas passiert. Jetzt ist auch Gold oder so. Guck mal, ne? Ja, ist aufgespritzt. Okay, nice, nice. So, jetzt müssen wir unten Zug und Tanks müssen wir machen. Ah, jo, haben wir noch gar nicht. Musst du die Wand schmelzen unten, hä? Ja, ich habe einen Schmelzaufsatz sogar gerade im Moment. Das ist natürlich praktisch. Aber ich habe Klaus nicht mehr, oder? Ja, der kommt schon noch. Das ist gerade eine frische Welle. Klaus hat zu tun. Nee, jetzt ist er ein wenig müde. Ah, bist. Wollt gerade noch schnell runterrennen. Abklausen. Maximale Munition. Maximale Munition. Jürgen ist down. Denk daran, auch deine Waffe zu verbessern mit Müll, ne? Ja, die ist schon verbessert. Meine ist jetzt blau. Meine ist Lila. Echt? Das ist schon lila. Krass. Die habe ich so aus der Kiste gezogen vorhin. Ach so. Aber es geht noch weiter, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, eins geht noch rüber. Orange. So, jetzt aber vorsichtig hier, oder? Ich habe gerade eben noch einen Jürgen weggeschrubbt. Jürgens sind ja nicht relevant für Rundenende. Ja, deswegen. Hau die weg. Ist ja keiner mehr. Hau die Jürgens weg. Ja, ich habe eben noch einen weggemacht. Ja, wir brauchen doch jetzt wieder ein Ding. Wir brauchen doch jetzt hier erst wieder Klaus. Ja gut, kann man ja warten. Der kommt ja dann. Ach, die Zombies? Ja. Ich meine hier tot. Ja. Oh nein. Einer ist infiziert. Nein. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Mach den scheiß Aufsatz runter. Kaufe dir einen anderen. Geht bei meiner Waffe leider nicht. Dann kaufe dir eine neue Waffe. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Alles gut. Ja, Orange gibt's noch. Dankeschön mein Freund. Du bist dann fertig mit deiner Shoppingtour und machst jetzt weiter. Der Klaus ist doch noch nicht ready. Was soll ich denn machen jetzt? Wolle ihn doch auf. Weil ich bei der Station geguckt habe. Ja, er leuchtet noch rot. Achso, klar. Du musst den Klaus unten die Tür aufmachen. Deswegen, ja. Und dann den Zug. Verlauze ist grün. Wo ist eigentlich dieser Hebel? Ja, warte, ich hole ihn. Genau, der Hebel für den Zug. Irgendwie die Gleise irgendwie anders machen. Dann musst du ihn ja davor platzieren, dann bremst du das Ding. Aber er muss auch den Hebel ziehen, glaube ich. Oder muss man selber machen? Nee, nee, den musst du selber machen. Ah, der ist, glaube ich, auch da, wo der Strom ist in dem Raum, oder? Kann sein. Kann sein. Holst du die, soll ich runterkommen auch jetzt dann? Warte, jetzt bin ich noch nicht dran. Moment. Kann man die Wunderwaffe punchen? Äh, ja. Er macht hier was. Moment. Oh, jetzt kannst du eigentlich runterkommen. Hä? Los? Los. Oh, okay, jetzt macht das. Hier ist der, der Reingang zum alten Endstation Labore. Suchen Sie einen Weg rein. Oh, ist offen. Wenn Sie drinnen sind, kümmern Sie sich um Valentina. Lebendig hätte ich Sie am liebsten. Danach dämmen wir die Ausbruchszonen ein. Das war das. Mein, mein Dings. Mein Schild ist, äh, meine Rüstung. Klaus, mach was. Ich bereue nur, dass Ihre Überreste an meinen Füßen kleben. Do it, Klaus, do it. Klaus ist aber strong jetzt, hä? Oh, hier ist eine Heilspritze. Falls du eine haben willst. Ich kann gerade nicht nehmen, weil Klaus... Da auch nehme ich mit. Da müssen wir hier den Kasten aufschießen und dann... Ja, der hat eine gepanschte Waffen und so, der ist richtig edel. Hier können Sie nur so einen Punker und alles machen. Na. Sind noch nicht alle Container draußen, aber es macht nichts, oder? Ne, 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 was geht. Ich habe hier schon das Device. Ne, kann ich nicht, weil Klaus... Ich habe zwei Container. Achtung. Das ist ein Container? Ja. Die Weiß ist hier drüben, ne? Ne, mit. Oh, Panzer, Panzer. Wunderwaffe. Okay, Panzer down. Das sind die Weiß. Nein! Komm her. Warum, warum willst du das nicht? Weil ich den Klaus hatte. Jetzt hätte ich es nehmen können. Ich dachte nämlich schön jetzt noch hier raus, während Insta an ist. Da ist noch ein Panzer, ich hau ab. Ich bin hinter dir. Ich schieße hier schon die Zombies weg. Ich halte dir dort den Rücken frei. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hier raus? Hier geht es durch, die Treppe hoch. Ja, hier geht es auch hoch. Wollen wir eben gucken. Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Hebel. Ja, jetzt müssen wir diesen Hebel halt, ja. Ne, das müssen wir jetzt noch nicht machen, oder? Das ist der nächste Step. Ja, okay, wir müssen es jetzt nicht zwangsläufig, aber mit Kanistern ist das unser nächster Step hier. Der Kanister-Step. Ja gut, da musst du auch Klaus haben dann. Ja, beim nächsten Mal. So, ja, hier ist noch direkt ein Kanister. Dann kannst du direkt einen hier machen und schmeißt dann die Balls davor, dann schlachten wir die hier weg. Warte. Ich muss mit der Wunderwaffe drauf und dann sind die eigentlich relativ schnell gejessen. Ja, da ist noch irgendwo hier drin. Panzer, Panzer! Stau. Ist der letzte Elektro-Dude? Ja, ja. Ja, der ist da drin. Hast du ihn? Ja. Weiß. Leuchtet es den grün? Weiß ich nicht. Oder lila? Dann ist es nämlich ready. Ich kann gerade echt nicht gucken. So, jetzt. Es leuchtet lila, ja. Ja, das musst du es nehmen. Wohin damit? Runter, ne? Äh, ja, ja. Runter, wir folgen. Genau da. Ach so, bis schon unten. Ich hab gedacht, wer ist noch hinter mir. Warte, ich komm mit. Kann man nicht rennen. Nee. Boah, es geht da ab. Naja, du kannst ihn ablegen, wenn es mal unangenehm wird. Halt wieder diesen Todesraum. Genau, hier durch. Weiter, 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 weiter. So, das ist alles gut. Und rein, das Ding. Ah. Jetzt muss ich wieder ein Device holen. Ja, easy. Jetzt wieder raus. Ätzend, dass hier nur dieser eine Durchgang ist, ne? Ja, das ist halt der Knackpunkt. Aber da wir beide eine Wunderwaffe haben, ist es deutlich einfacher. Jetzt müssen wir aber die Container finden noch, die anderen. Na, hier erstmal wieder hoch. Lass mal wieder die Route nehmen. Nichts töten. Nichts töten. Dann können wir da jetzt nämlich noch ein bisschen die Runde machen. Jetzt müssen wir halt hier wieder gucken. Wahrscheinlich drüben ist einer. Also hier ist keiner. Sonst ist hier auch manchmal einer. Kannst du hier mal eine Wunderwaffe punchen? Äh, hier ist auch keiner. Hier ist auch keiner, verdammt. In der Unterführung? Hast du da geguckt? In der Unterführung? Ja, bei der Näherei da, dieser Bogen. Ja, ja, da war nix. Auf dem Dach ist einer gewesen schon. Was haben wir hier denn beim Elektromogul? Geh mal hoch. Näherei könnte auch einer sein. So, mal auf dem Dach? Äh, nee, er ist hier drüben im Haus gerade. Auf dem Dach? Ja, hier ist einer. Auf welchem Dach? Äh, wo Speedcooler ist. Äh, okay, warte, da komm ich rüber. Irgendwann mal da schneller wiederbeleben in die Richtung. Ähm, warum ist hier irgendeiner in einem Busch? Keine Ahnung. Ich hab hier oben einen, also alles easy. Alles easy, mein kleiner Freund. Wo, 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 wo auch da? Da hat's das Ding davor werfen. Ja. Beiden habe ich schon. Zwei. Drei. Ja, nimm. Und dann direkt hier runter sippen. Kannst dich aufheben. Boah, jetzt bin ich schon runtergesippt. Ja, ja, warte, hat vielleicht, weiß ich nicht. Jetzt. War doch heiß. War noch Hottie. Okay. War noch Hottie-Tottie. Kanister. Okay, dann gehen wir hier wieder den Gang rechts, oder? Ja. Ja. Hier wieder runter. Wepa. So, wieder hier durch. Wow, hab ich eben gerade kassiert. Okay, Weg ist frei. Weiter, 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 weiter. Dann direkt runter springen. Ja, ja. Boah, Rüstung ist weg. Ist drinnen. So, lass direkt keinen Zombie töten, direkt raus. Versuch zu ignorieren, was zu ignorieren geht. Ja, ja. Okay. Oh, da müssen wir noch einen finden. Vielleicht gibt es auch einen hier unten, ich weiß es nicht. Mal hier ein bisschen. Limonade habe ich mir gegönnt. Das ist ein Limonade? Bye.